Hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen zu einem kurzen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch nur kurz zeigen, es sind für alle Battle Pass Besitzer, es sind gerade die neuen Herausforderungen rausgekommen. Die heißen unter anderem, ohne Mad Kids wird das Ganze hier ziemlich schmerzhaft zahmeln, Mad Kids. Und davon genau drei, da habe ich schon zwei eingesammelt, sprich mit Beef Boss, Genesung und Dummy. Und finde die mysteriöse Kapsel. Und genau, ich glaube, ohne Mad Kids wird das Ganze hier ziemlich schmerzhaft zahmeln, Mad Kids ist sicher selbsterklärend. Mad Kids sind diese hier, die ich hier da im Inventar habe. Diese großen grünen Schachteln sozusagen. Für alle, die nicht wissen, was Mad Kids sind. Aber ich glaube, das weiß jeder von euch, der Fortnite spielt. Und jetzt werde ich euch mal die mysteriöse Kapsel zeigen. Die ist nämlich in Selfie Strongholds. Und genau hier, also Selfie Stronghold ist diese große Dschungel. Und hier ist diese mysteriöse Kapsel. Und Dummy, wo Dummy ist, der ist auf verschiedenen Orten. Da wird dann später wahrscheinlich noch ein anderes Video kommen, wo ich zeige, wo Dummy ist und wo die ganzen Charaktere. Aber ich glaube, es ist ein bisschen selbsterklärend. Dummy ist was immer bei diesem Schrottplatz. Bei dieser Brücke, also hier. Und Beef Boss ist fast eigentlich immer bei... Naja, fast immer. Das ist halt das. Ich glaube, entweder bei Pizza Pete oder bei Dürr Burger ist, glaube ich, immer dieser Burger. Nein, Beef Boss ist immer bei Dürr Burger. Und Dummy ist fast immer, ich kann es euch nicht versichern, fast immer beim Schrottplatz. Es gibt auch einen anderen Ort. Wo Genesung ist, weiß ich jetzt selbst nicht. Ich wollte euch aus eigener Erfahrung sagen, wo das alles ist. Weiß ich nicht, müsste ich selbst beim anderen Streamer nachschauen. Auf jeden Fall wisst ihr, wo die mysteriöse Kapsel ist. Das vorne, wo ich sie gerade gezeigt habe. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute. Und wir sehen uns dann wieder, wenn neue Aufträge kommen. Ciao Leute.